Ja, das war einmal mein schöner Biergarten. Hier war eine schöne Wiese, schöner neuer Rollrasen, die ist ja gelegt wieder. 140 Sitzplätze hatten wir hier. Ein Idyll an der Ahr. Jetzt ist leider eine Katastrophe an der Ahr. Das ist halt eben schade. Sommer 2021. Wolfgang Ewerts Hotel in Insul fällt der Flutkatastrophe zum Opfer. Wie soll es jetzt weitergehen? Das ist meine Existenz, mein Leben, mein ganzer Lebensinhalt war dieses Ding hier. Jetzt müssen wir wieder aufbauen. Was ist denn los mit dem Dong? Man muss sich ja mittlerweile überall auskennen, aber... Ah, jetzt läuft er. Das sind die wichtigsten Geräte momentan. Die Bautrockner laufen noch rund um die Uhr. Das Wasser steckt in allen Wänden. Ja, alles schön warm hier drin. Man sieht ja, also das Wasser stand ja bis oben. Also hier kommt es jetzt so langsam runter. Wird jetzt, wird immer besser. So und daher... Vor fünf Wochen war es noch eine schöne Küche. Eine schöne Küche. Auch, wir hatten wir hier erfahren in der Küche. Ja, die ersten drei Tage waren nur Tränen, 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 Tränen. Und Verzweiflung halt. Das ist so... Kann man so nicht anders sagen. Und da waren ja auch die viele, die sagten, naja, nie mehr und weg. Und da hörte ich auch dazu. Und ja, jetzt hören wir dazu, packen wir es wieder an. Dafür braucht es jede Hand. Das Vorderhaus muss abgerissen werden. Alles muss raus. Diese Aufgabe hat für heute Sohn Lukas übernommen. Sauber machen, aufräumen, Geröll wegbringen. Da ist er doch. Ja, der funktioniert immer. Um Unterstützung muss sich Wolli, wie ihn alle nennen, keine Sorgen machen. Viele wollen dabei helfen, das Hotel wieder aufzubauen. Auch Stammgast Dieter Odermatt, genannt Odi, steht der Familie von Anfang an bei. Dann schrieft der Wolli, wir brauchen jede Hand, Freunde, Bekannte, Urlauber, kommt uns helfen. Bin ich dann Dreck hier runter, ja, dann habe ich da hier mit angepackt. Jetzt stehen wir halt zusammen und jeder kleine Griff ist wertvoll. Egal wie, in welche Richtung. Die Flut hat die Gemeinde Insul hart getroffen und Wolli gleich doppelt. Ja, alle haben hier loszutragen. Jeder ist abgesoffen, jeder muss was tun. Ja, und da ist mein schöner Bungalow. Noch weiter zurück, aber trotzdem abgesoffen. Hier tut mir am meisten weh, weil das war unser Trauma aus meiner Frau und mir. Ja, so haben wir es gemacht, wie wir es wollten. Und daher, alles war auch neu. Küche, Schlafzimmer, Schränke, alles war neu hier. Und kein, kein halbes Jahr, da mussten sie wieder alles rausreißen. Und das ist schon am meisten bitter. Und natürlich, klar, es ist keine Versicherung. Es hätte mir den Schmerz nicht genommen, aber den finanziellen Druck hätte es mir genommen. Im Gegensatz zu dem Bungalow ist das Hotel-Restaurant Ewerts versichert. Der gesamte Schaden liegt bei mehr als zweieinhalb Millionen Euro. Wolli führt den Betrieb an der Ahr gemeinsam mit seiner Frau Sabine. Knapp ein Monat ist seit der Katastrophe vergangen, aber das Trauma der Flutnacht bleibt. Hier oben haben die sich alle gerettet, wie das Hochwasser kam. Jetzt muss man sich vorstellen, hier haben unsere Familie Krah gewohnt, unsere Nachbarn. Da war das. Und die haben die ganze Nacht im Haus ausharren müssen, in einem Zimmerchen. Und daneben war noch ein Haus, da war die Familie Jan. Die haben das Schlimme erlebt. Die waren im Haus und die Nachbarn, die waren dann auch noch mit im Haus. Und dann hat das Haus sich irgendwann gelöst und dann sind die in das Haus meiner Schwiegereltern reingekracht. Und die Nachbarn haben sie dann über den Wintergarten gerettet. Der Tag der Flut, der 14. Juli, ist Sabines Geburtstag. Das Ehepaar ist im Urlaub, als es passiert. Am Tag danach kehren sie in ein anderes Leben zurück. Es ist nichts mehr, wie es vorher war. Es ändert das ganze Dorfleben. Egal wo was ist, das ganze Leben ist anders, wie es vor der Flut war. Alles anders. Fast wie nach einem Krieg. Dazu passen auch die Räumpanzer, die in Insul einrücken. Im Jahr 2000 hat Wolli das Hotel von seinen Eltern übernommen. Seitdem hat er viel investiert, erneuert und den Betrieb erweitert. Jetzt muss er wieder von Null anfangen. Doch vor allem muss er Geduld haben. Klar, es gibt immer noch genug Arbeit. Aufräumen mal hier, aufräumen da. Aber das Schlimme ist halt eben, wir könnten jetzt weitermachen, aufbauen, aber das geht halt nicht. Wir müssen jetzt erstmal langsam trocknen, dann Pläne machen und so weiter und so fort. Bis zur geplanten Eröffnung ist es noch ein weiter Weg. Vier Monate später. Winter im Ahrtal. Der Wiederaufbau schreitet voran. Heute werden Löcher im Buden gestopft. Das Baumaterial holt Wolli mit einem geliehenen Traktor. Aber die Mechanik des Kippladers macht alle ratlos. Auch Sohn Lukas. Hast du richtig eingesteckt, Lukas? Alter Schwede, ey. Nur ein Handgriff. Ja, gut. Ja. Ja, jetzt funktionieren wir da. Mittlerweile ist das Hotel wieder im Rohbauzustand. Seit Juli stehen Wolli und Lukas jeden Tag, von morgens bis abends, auf der Baustelle. Ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Und noch ist unklar, was die nächsten Monate bringen. Der Optimismus ist noch da. Aber das ist auch nur, weil mein Sohn dabei ist. Weil der will es weitermachen, sonst hätten wir das nicht mehr gemacht. Dann nehme ich schon wieder viel Geld in der Hand hier. Die Sparkaste hat zwar viel Geld, aber die will es auch wieder haben. Das ist immer das Problem. So, und daher versuchen wir es. Und ja, haben wir gesagt, okay, dann, er will es. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es nochmal von vorne. Wolli und Lukas als Maurer. Sie stemmen Beton weg, füllen Boden auf, rütteln und verputzen. Gibst du mal noch eine drauf hin, Lukas? Dort, wo Wollis Mutter mal angefangen hat. 1974. Mit einer kleinen Pension. Meine Eltern haben das hier angefangen und wir mussten als Junge auch hier immer mitarbeiten. Wir mussten immer mit umbauen, anbauen, stemmen. Früher gab es nicht hier so brr, brr, da gab es hier klopfi, klopfi. Das war noch beschissene Arbeit. Also da mit Hammer-Meißel-Schlitze kloppen, das war schon noch schlimmer als wir hier. Wolli hatte seine Restaurantküche während der Corona-Zeit gerade erst frisch modernisiert. Jetzt alles wieder auf Anfang. Das ist jetzt wieder ein großer Schritt. Jetzt sind die Pläne da. Küche ist bestellt und dann, muss man sehen, da war alles, ja, da muss man wieder alles aufbauen. Da sind halt eben Entscheidungen zu treffen. Die Kombidämpfer wurden jetzt in Gas gemacht, nicht in Strom, weil wir zu wenig Stromkapazitäten dann hätten oder so oder zu viele Verbraucher da sind. Ja, also was muss man klären, wo was hinkommt. Ja, wir würden es halt alles frühzeitig sehen, weil ja der aktuelle Markt, die ist ja hier mit Lieferzeiten die Problematik. Und leider auch für die Flutopfer gibt es da auch jetzt keine schnelleren Lieferzeiten. Denn die Industrie ist halt mit Problematik, das Ganze. Das ist die Situation mit der Spülmaschine. Die Zonenablauf-Tische müssen wir mal schauen, wie sie aussehen aus Bestand. Und die können wir eliminieren, weil wir jetzt ja hier bei der Brasiere eine Bodengrinne haben. Die Hygieneausführung ist auch klar. Und die würde ich gerne in Gas belassen, weil wir hier sonst zu hohe Anschlusswerte haben. Und die Spülküche mit einer Enthertungsanlage haben wir gesagt, wir machen jetzt eine Enthertung separat. Dann haben wir Arbeitssteckdosen eingesetzt, die normale Steckdosen. Und hier haben wir den Zehnerkombinant für Sechserkombinant, den Zehner habe ich mit Linksanschlag gemacht. Hier haben wir für den Entrometti, haben wir den Kühltisch nochmal reingesetzt. So sieht sie schon mal gut aus, so soll die Küche später mal aussehen. Mindestens 300.000 Euro, so viel wird die neue Küche kosten. Aber ohne die Ausstattung wohlgemerkt. Vom Teller bis zum Besteck, bis alles, ist ja alles weg. Alles ist weg. Und das müssen Sie jetzt sonst, wenn Sie im laufenden Betrieb, wenn Sie langsam wachsen, kaufen Sie mal hier ein neues Besteck oder da neue Porzellan oder so. Aber jetzt muss alles auf einmal. Und Sie müssen alles klären, bestellen, aussuchen, was weiß ich noch immer. Unberechenbare Kosten, schleppende Lieferzeiten, fehlende Handwerker. Fünf Monate sind seit der Flut vergangen. Fast ein halbes Jahr keine Einkünfte für die Familie. All das zehrt an den Kräften. Also mein Mann ist eigentlich ein sehr großer Kämpfer. Also es gibt Tage, dann hat der keinen, dann kann der einfach nicht mehr. Dann ist auch einfach, man muss sagen, wir machen ja nicht einen Job. Die Leute denken immer, das ist doch gar kein Problem, die brauchen ja nicht zu arbeiten. Aber das alles zu organisieren, wir machen Jobs, die eigentlich ein anderer hauptberuflich macht. Die Versicherung übernimmt die Kosten für den Wiederaufbau des Hotels. Doch seit Sommer 2021 sind die Preise gestiegen, in allen Gewerken. Nachkalkulationen gibt es nicht. Die Ewerts müssen den Unterschied selber zahlen. Zusätzlich modernisieren Sabine und Wolli ihren Betrieb, um für Gäste attraktiv zu bleiben. Das sind Mehrkosten. Wie hoch, derzeit noch unklar. Sabine fährt heute zur Porzellanmanufaktur, um die neue Küchenausstattung auszusuchen. Eine willkommene Abwechslung. Hallo, Frau Vogt. Wie geht's Ihnen? Schön, Sie zu sehen. Stimmt auch. Lange nicht gesehen. Ja, lange nicht gesehen und dann durch so eine Sache sieht man sich wieder. Katastrophe. Katastrophe. Teller, Dekoration, äh, Milch, Kaffeeteller. Sabine ist eine langjährige Kundin. Dass sie einmal die komplette Ausstattung neu kaufen muss, hätte sie nicht für möglich gehalten. Dann hab ich die Rille da drinnen. Also schicker ist schon das... Wenn es wieder da ist, gibt es mir wieder ein bisschen zu Hause. Also wieder da, wo wir waren, wieder ein Stück von meinem alten Leben. In der Flutnacht ist kein Teller, keine Schüssel heil geblieben. Das zerbrochene Geschirr ist Sinnbild für das, was die Familie erlebt hat. Genau. Wenn man die Hand hat, ne? Die typischen, nicht stapelbaren Schein hat. Macht was mit einem. Wir haben eine Taste im Garten gefunden beim Buddeln. Und das war eine Taste, die hab ich mir an die Seite gestellt. Und, ähm, alte Teile vom alten Leben. Die Vorauswahl ist getroffen. Ein wichtiger Schritt ist getan. Jetzt müssen wir uns natürlich schnellstmöglich entscheiden, damit der Preis auch noch stimmt, ne? Das Problem ist ja ganz einfach, wenn, ähm, wenn die Preise wirklich so steigen, wir müssen das haben. Dann wird ja für uns auch eine Katastrophe, das macht ja wieder da die Summe, da ein bisschen, da ein bisschen. Und dann klappt am Ende irgendwas auf der Strecke, weil nicht mehr bezahlbar ist. Ja. Im Frühjahr 2022, Fortschritte auf der Baustelle. Der Vorbau des Hauses, mittlerweile abgerissen. Jetzt soll hier ein neuer Gebäudetrakt entstehen. Nein, nein, auf der Bahn. Ach so. Alles klar, bis gleich. Zucker, du sollst mit mir über die Lampen sprechen, ob du das so haben willst. Nee. Das ist nämlich gar nicht sein Thema. Der will die Lampen all nicht haben. Unser Sohn wächst über sich hinaus. Handwerklich war der jetzt nicht so gefordert. Das hat alles früher mein Mann gemacht. Aber jetzt hat mein Mann an der Seite, macht natürlich auch viel aus. Und wenn du dann morgens zusammen aufstehst und machst, ja, aber das ist anders, als wenn einer sich allein dadurch quälen muss. An Tagen wie diesen wird Wolli vom Koch zum Kranführer. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Ja, 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 ich weiß, ja. Aber das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Alles klar. Nee, das ist drin. Ah. Ja, jetzt höre ich mal ab. Nee, das ist auf. Geschafft. Mit kleinen Erfolgen kehrt auch ein bisschen Leichtigkeit zurück. Geschafft? Mega. Wisst ihr, man lernt alles hier. Einer Sache bleibt Wolli aber treu. Dem Kochen. Das vermisse ich am meisten. Die schöne Hektik in der Küche oder im Service. Was ist denn? Schöner als hier am Bau. Auch für Lukas ist es nicht normal, jeden Tag auf der Baustelle zu arbeiten. Er soll den Gastrobetrieb später einmal von seinen Eltern übernehmen. Es ist immer noch viel zu tun, aber dadurch, dass ja jeden Tag dann immer ein paar Lötchen da sind zum helfen, beziehungsweise die Handwerker da sind. Dann geht das natürlich auch weiter. Da freut man sich natürlich auch. Das ist noch verhüllt. Ich mache es ganz spannend, wie Christo. Eine besondere Überraschung wartet heute auf Wolfgang. Monika Breuer ist Hobbymalerin. Im Fernsehen hat sie ein Foto von Wolli gesehen. Es hat sie so gerührt, dass sie es nachmalte. Jetzt übergibt sie das Bild der Familie an dem Ort, wo auch das Foto entstanden ist. Ja, das war einer. Das war bis jetzt mein Tiefpunkt. Wolfgang Ewerts Leben in Trümmern. Das Foto wurde zum Sinnbild der Flutkatastrophe. Es erschien sogar in ausländischen Zeitungen. Was löst das denn dir aus? Nichts Jugendes. Aber schon. Ich glaube, das war der erste Tag. Das kommt jetzt erst mal mit zu uns nach Hause. Nachher krieg ich einen schönen Platz im Hotel hin. Sehr schön. Gut. Dann, vielen Dank. Von Herzen gerne. Danke, danke. Sieht sehr schön aus. Ich trag das noch ein. Frau Breuer, dann müssen Sie mit zu mir kommen. Gehen Sie mal mit zu ihr. Ja, ja. Scheiße. Im Hotel geht es weiter voran. Stück für Stück. Steffen, komm. Jeden Tag muss sich die Familie neu motivieren. Ich bin jetzt fertig. In dieser schwierigen Zeit geben Sabine und Wolfgang sich gegenseitig Halt. Ich glaube, jede Krise zeigt eigentlich, dass man zusammengehört oder man trennt sich. Und bei uns ist es immer so, je schlimmer es war, desto mehr das uns eigentlich zusammen mischweißt. Und das ist eben eigentlich das, was für uns immer wieder, obwohl wir uns auch schon oft gezofft haben, aber jetzt diese Umstände nochmal ganz andere Nummer ist. Und eigentlich dann zeigt, ob es passt oder nicht passt. Kennengelernt haben sich die beiden in der Schule. Seit 1992 sind sie ein Paar, das keine noch so schlimme Flutkatastrophe auseinanderbringt. So. Gut. Tschüss Schatz. Tschüss, viel Spaß. Ich hab ja deine Karte. Es wird warmer. Genau die richtige Zeit für Wollys geliebten Biergarten. In wenigen Tagen soll hier wieder sattgrüner Rollrasen liegen. Auch Stammgast Odi ist noch an Wollys Seite. Trotz Knie-OP eine seelische Stütze. Guten Morgen. Guck mal, ja, alles Görle. Ja, ja, ja. Jetzt bin ich ja richtig. Das ist ja der Nachteil, ja. Noch ein bisschen Rollrasen und dann sind wir doch schon wieder soweit. Ja, das genau. Dann sind wir grün und gut ist. Dann können wir uns schon wieder hinsetzen. Ja, ja. Da brauch ich mich auch. Ja, ich auch. Einmalig. Jetzt sieht man richtig, wo wir dann mal wieder anfangen können, ne? Seit der Flut ist viel passiert. Ohne die Unterstützung von Menschen wie Odi hätten die Ewerts das nicht getan. Von Tag zwei, drei war der immer hier, der Odi. Und hat immer mitgeholfen. Von daher tippitoppi. Und solche Leute haben dich aus dem Tal der Tränen rausgeführt, auch so. Wenn du so was nicht gehabt hättest, wär's schon schwierig geworden. Vor allem aber hat Wolli mittlerweile eine Sorge weniger. Die Küche steht kurz vor dem Einbau. Trotz Lieferengpässen im Zeitplan. Super. Momentan läuft's alles. Es sind keine großen Pannen oder Fehler oder sonstiges. Und daher, alles gut. Bin sehr zufrieden. Wenn der Plan alles aufgeht, ist in zwei Wochen im April fertig. Wenn bis dahin alles vorbereitet ist. So, hier kommen beide Kombidämpfer hin. Einmal der 10er Kombidämpfer, einmal der 6er Kombidämpfer, einmal die große Kippradpfanne. Hier ist die Patisserie, kommt alles hier hin. Momentan ist eine der größten Herausforderungen sind Lampen. Aber das liegt nicht am Elektriker, das liegt an meiner Frau. Inwiefern? Ja, weil die keiner aussucht. Meine Mutter? Meine Frau meinte, sie sucht die heute aus und morgen sind die da. Und wir haben ja Lieferzeiten an. Und daher ist das momentan ein Problem. Jetzt sind wir schon so weit. So haben wir eine Spezialkommission. Innen. Aber wir wissen jetzt die Lampen noch nicht, wo wir keine Kabel hin tun müssen. Und wo wir keine Kabel hin tun, können wir die Decke nicht zumachen. Und wenn wir die Decke nicht zumachen, können wir nicht eröffnen. Im Klartext ist die Flut die Frau. Doch dann kommt alles anders. Wenige Wochen später, kurz vor der geplanten Eröffnung, ein Rückschlag. Der Gastraum wieder im Rohbau. Der Boden wieder herausgerissen. Ja. So sieht es mittlerweile aus. Was ist geschehen? Die Theke stand schon, es war gefließt, es war alles fertig. Der Maler war hier, die Wand ist mit Bruchstein gemacht worden. Und dann war leider da oben, da haben wir einen Wasserrohrbruch in der Nacht gehabt, leider. Und da war keiner da. Wenn es tagsüber passiert wäre, hätten wir schnell abgestellt, wäre es gut gewesen. Aber ich kam morgens um Viertel vor sechs hier rüber. Und da war hier eine große Regendusche sozusagen, weil alles kam durch die Decke hier. Unter die Wand durch hier. Und dann halt eben ganz, das kann man gar nicht vorstellen, bis da hinten, bis da stand's. An dem Tag muss ich gestehen, meinen Mann und den Lukas mussten wir wegschicken, weil die das nicht mehr ertragen konnten. Die haben so viel auch Kraft hier reingesetzt und hier waren die jungen Leute, die haben das mit dem Hammer ausgeschlagen. Die hatten blutige Finger, die hatten das vorher alles gemacht und mussten jetzt ihr Werk wieder zerstören. Noch einen Tag und dann hätten wir aufmachen können und da, ja, und leider haben es da wieder schon wieder mit Wasser einen großen Strich durch die Rechnung gemacht. Irre. Ich weiß gar nicht, was man dazu sagen kann. Man ist einfach nur leer. Das geht gar nicht. Wir haben uns jetzt elf Monate so motiviert und so reingehauen hier und dann kriegst du da beide quasi kurz vor der Eröffnung, kriegst du wieder sowas dazwischen. Das ist irre. Die Versicherung wird den Schaden bezahlen. Doch der Wasserrohrbruch wirft Sabine und Wolli in ihrem Zeitplan um mehrere Wochen zurück. Noch drei Wochen bis zur Eröffnung. Das Ziel in greifbarer Nähe. Doch die Kräfte schwinden. Finanzielle Sorgen plagen Sabine und Wolfgang. Etwa eine halbe Million Euro haben sie mittlerweile aus eigener Tasche in den Wiederaufbau investiert. Einnahmen hatten sie keine. Das ist ja bald ein Jahr, wenn wir jetzt paar Monate noch rum ist. Ein Jahr kein Verdienst, nur Ausgaben. Es wird langsam Zeit, dass wir wieder Geld verdienen. Weil sonst, wenn es immer länger wird, dann haben wir zwar alles neu hier, aber wir müssen es ja auch bezahlen. Eine Last, die für Wolli fast nicht mehr zu tragen ist. Es gibt halt eben Tage, da hat man keinen Bock mal aufzustehen. Da will man einfach nur hinten bleiben, auf der Couch liegen bleiben und einfach nur abschalten und an ja nichts mehr denken. Das klappt zwar nie, aber, aber das gibt's halt. Dann haben wir hier die Kühlhäuser. Die stehen schon. So, und jetzt kommen wir zum Schmuckstück. Ja, hier sieht man mal so langsam, wie es werden soll. Der Lichtblick. Die neue Küche ist Wollis ganzer Stolz. Hier, ne? Hier kann man kochen, ne? Wir haben jetzt zwei Gars für Vorbereitung noch. Hier haben wir den Lavasteingrill, hier haben wir die tiefe Grillpfanne. Dann haben wir drei Induktionsfelder. Ja. Fritteuse, klar, dann Nudelkocher und Bemmerie. Das ist Freude. Das ist Freude, wo man sagt, so, ich sag auch zu meinen Handwerkern, ich bin froh, wenn ich euch hier in meiner Küche sehe und wir sind hier schön am Arbeiten. So, das macht Spaß. Und dann ist er da. Der Tag, an dem der Betrieb wieder anläuft und das Hotel eröffnet. Mit einer Feuerprobe. Das jährliche Treffen der Oldtimer-Biker. Rund 100 Gäste erwartet Sabine für den Nachmittag. Das Wetter spielt mit. Die Hotelzimmer hatten bei der Flut keinen Schaden genommen. Doch bei geschlossenem Betrieb konnten die Ewerts keine Gäste empfangen. Ab heute soll sich das wieder ändern. Einige versiegelte Getränkeflaschen haben die Flutnacht überlebt. Fast ein Jahr später kommen sie wieder zu Ehren. Heute sind auch wieder Angestellte in der Küche. Es ist ein großer Tag für das Hotelrestaurant Ewerts. Und endlich darf Wolli wieder kochen. Man muss auch alles neu lernen hier. Das ist ja alles neue Küche. Und man muss mal wieder ein bisschen neu lernen. Und dann kommen sie. Die Gäste auf ihren heißen Öfen. Das ist ein richtiger Oldtimer. Ein Schritt in Richtung Normalität für Familie Ewerts. Wenn man die Dinger sieht hier, da geht einem das Herz hier auf. Das ist eine schöne Sache. Von daher sind wir froh und die Leute wieder froh, dass endlich nach drei Jahren, zwei Jahre Corona, ein Jahr Flut, wieder diese Veranstaltung wieder ist. Nach vielen Monaten harter Arbeit kann auch Lukas endlich wieder das machen, was ihm liegt und was er gelernt hat. Es ist etwas ungewohnt, nach einem Jahr, fast einem Jahr endlich nochmal zu bedienen oder beziehungsweise deinen richtigen Job zu machen. Aber es macht trotzdem wieder Spaß. Man merkt halt doch schon mal, was man vermisst hat. Das ist in Ordi. Alte und neue Wegbegleiter sind heute mit dabei. Ohne Krücken kann Odi sogar im Service aushelfen. Alles fast wie früher. Ein Jahr nach der Flut. Der Betrieb im Hotel-Restaurant Ewerts läuft wieder. Nach vielen Hürden und Rückschlägen wird es wohl noch dauern, bis sich alles wieder ganz normal anfühlt. Die Damen-Salat-Pute. Aber die dicksten Brocken sind aus dem Weg geräumt. So, dann noch einmal das Wiener. Ja, wunderbar. Und noch einmal Bömmeschen. Und auf eines war dabei immer Fallas. Wo wir am Anfang den Mut verloren hatten, haben wir den Mut auch wieder gefunden und wir wollten es auch weitermachen. Und daher schon stolz, dass wir das alles wieder geschafft haben. Ohne Familie geht sowieso gar nichts. Das sagt man zu wenig. Aber ohne Familie geht gar nichts. Ohne Zusammenhalt geht gar nichts. Und daher ist es wichtig. Und hier herzlich. Vielen Dank.